Sebastian Jäger ist ein deutscher Schauspieler, Singer, Songwriter und Model. Leben Sebastian Jäger war erstmals im Fernsehen in der TV-Serie Freunde, das Leben geht weiter zu sehen. Darin spielte er von 2005 bis 2006 die Rolle des Robert Thomas Reiter. Von Mai 2006 bis November 2009 wirkte er in der Satz-Serie Lenzen und Partner als Sebastian Thiele mit. In diesen Jahren absolvierte Jäger parallel seine Schauspielausbildung auf einer Privatschule. Ende 2009 stand er für Lenzen, der Film vor der Kamera. Nebst diversen eigenen Filmprojekten spielte er 2011 in dem TV-Film Der Tod der Sünde in der Krimi-Rialmord in bester Gesellschaft den Hannes Wildgruber. 2012 spielte er die Rolle des Superhelden in einem Werbespot von General Lee sowie eine Rolle in Aktenzeichen Al-Sy ungelöst. In der Serie Wilflings Fälle – Lebenslänglich Mord des Bayerischen Rundfunks spielt Sebastian Jäger 2013 den Kollegen K. Wolf von Kriminaloberrat, Josef Wilfling, dargestellt von Klaus Meile. Karriere als Musiker Sebastian Jäger ist Sänger, Gitarrist und Songwriter seiner eigenen Band Better Tomorrow, die er zusammen mit seinem Bruder Markus Jäger am Schlagzeug und Julian Eitel am Bass führt. 2010 wurde der Song Last Good Buy als Opner für das TV-Format The Secret of Pro 7 platziert. Im selben Jahr wurde das erste Musikvideo veröffentlicht. Im Juni 2011 erschien das erste Album mit dem Titel Home Is Where Your Heart Is zusammen mit zwei weiteren Musikvideos. 2012 war Sebastian Jäger beim Ach und Krach Charity Festival in Göppingen mit seiner Band zu sehen. Sebastian Jäger modelt für diverse Agenturen unter anderen Klee Models in Style Models, Zimt Models. 2007 veröffentlichte er eine eigene T-Shirt-Linie, Filmografie, 2005 zu 2006. Freunde, das Leben geht weiter, 2005. Dämmerung, 2006 zu 2009. Lenzen und Partner, 2007. Gefangen im Augenblick, 2009. Lenzen, der Film, 2011. Mord in bester Gesellschaft, der Tod der Sünde, 2012. Superhero, 2012. Aktenzeichen All, Y, Ungelöst, 2013. Wilflingsfälle, Lebenslänglich Mord, Diskografie, 2011. Better Tomorrow, Home Is Where Your Heart Is.